Ich raschte aus. Äh, du stehst da nach unten? Ja, steh ich. Oh, meine Fresse, ey. Kann das sein, dass wir überhaupt nix können? Ja. Dafür machen wir das ja. Was? Leertaste. Nicht immer alles auf die unschuldige Leertaste schieben. Ja, ich lasse dir da vor. Im Sprung. Hey lol, genau, im Sprung verlangt. Warum? Bei dir auch, gell? Ja, bei mir auch. Ja, guck. Jetzt weißt du mal, was ich meine. Also war das bei dir und dem Leck. Wenn der eine Sprung hier... Aber das ist, ey, jetzt weißt du mal, was ich meine, wenn ich sag dem Sprung wurscht verlangsamt. Ja, das war aber einmal jetzt. Toll, echt. Soll, wie kannst du das durchschützen? Voll einfach. Wenn ich was sehen würd. Mir ist voll einfach. Nein. Alter. Warum muss man Sprinten auf Doppelpfeile machen, ey? Oder Doppel-W. Guck, voll einfach. Ach, das. Ey. Das hast du jetzt da vorne, Alter. Scheiße. Ah, scheiße. Alter, jetzt hat er... Alter. Nein. Mann. Nein. Nein. Alter. Oh, Mann. Nein. 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 Okay, ich lass es jetzt. Ja, okay, ich lass es ja noch. Das ist doch alles beschissen, ey. Oh, Mann. Interessant. Ich wollte mal echt... Toll, jetzt hab ich grad irgendeinen Flug Schaden bekommen. Nicht von mir. Nee, ich war gar nicht, du wurscht. Das ist auch von mir. Oh, du bist runter. Ah, ah! Oh, das gibt's ja nicht. Ich hab... Wenn der erste Sprung... Wenn ich den ersten Sprung schaffe, dann geht's auch durch. Ach, null. Okay, du hast anscheinend auch nicht geschafft. Oh, du. Scheiße. Jetzt soll ich dich runterholen. Nein, nein. Jetzt hat's gerogelt und jetzt hat's nichts. Also, ich hol dich gleich runter. Jetzt schaff... Ich schaff den Sprung auf den kleinen Nippel nicht. Auf eigentlich einen kleinen Nippel. Auf den... Nach dem großen Nippel. Das ist ein Sandstein. Nippel sind nur Zäune. Boah. Okay, nochmal Duselcat. No. Okay. Okay, okay. Okay, jetzt. Soll ich dich runterschlagen? Oh, schnett. Nein! Oh, nö. Was brauchen wir eigentlich? Die goldenen Äpfel. Ich hab keine Ahnung. Falls wir mal Riesensprünge herrschen, dann nur noch... Bisschen herrschen. Bisschen herrschen. Ich geh' aus dem Weg. Es hab' mich geschlagen. Scheiße. Aber ich glaube, Sprinten kann man ja auch nicht umstellen, glaube ich, oder? Nein, scheiße. Scheiße. Oh, scheiße. Ah, danke. Danke. Ja, ich bin Brust umgegeben. Bitte, bitte. Ähm, warte. Sprinten? Kann man nicht umstellen, oder? Nö, kann man nicht. Du hast immer Sprinten da, wo du vorwärts hast. Ja. Das ist voll... Beschissen. Oh mein Gott. Gut, jetzt hab' ich nix gesehen. Entschuldigung. Nein! Nein! Jetzt auf geht's, jetzt. Jetzt mach' ich das. Jetzt... Was war ein Discussion Bug? Lol, ich krieg' jetzt Schatten. Hast' geschafft. Nee. Äh, lol, ich hab' Irrflug Schaden bekommen. Ja, ich auch. So ein Scheiß. Ich hab's jetzt. Mogul schon. So, jetzt, jetzt mach' ich das. Äh, jetzt mach' ich das. Ach, komm, ey! Fick's ja nicht. Lol, du läufst bei mir im Boden. Echt? Ah, nee, jetzt nicht mehr. Oh mein Gott. Sacklob, du hast' geschafft. Und jetzt hab' ich's auf dem Block nicht aufgeschafft. Kurz Unterbrechung. Oh, meine Fresse. Hey. Oh, können wir vielleicht bald ne Pause machen, vielleicht. Ja. Weil das gekriegt zu langsam. Ja, ich hab' es geschafft. Erst wenn ich das geschafft hab'. Ich hab' den letzten Sprung nicht. Oh, jetzt bin ich gesprungen. Oh, jetzt bin ich gesprungen. Oh, jetzt ist mein Typ nicht gesprungen. Und jetzt bin ich gesprungen. Warum schaff' ich den letzten Sprung von Dennis? Das gibt es nicht. Okay, jetzt mach' ich das. Oder auch nicht. Jawohl. Jawohl. Hey, was, jawohl. Oh, nee, das gibt es nicht. Kann man auf Halb-Steps nicht springen, oder so? Vielleicht. Oder kommt ja die Reaktion verzögert, oder irgendwie. Hab' ich so' das Gefühl. Lol, jetzt hat's im Sprung gerufen. Das ist scheiße, Mann. Die Map kackt mich jetzt schon an, aber lustig ist sie. Muss man sagen, die ist gut gemacht. Ja, die ist... Ey, Mann. Dort ist der letzte. Der vorletzte. Also, der hintere kommt mir richtig einfach vor. Nicht gesprintet. Oh, leidle, leidle. Ah, scheiße. Jetzt mach' ich das. Jetzt mach' ich das. Das hab' ich auch schon zwei Mal gesagt. Ach, Scheiße. Egal. Komm. Jetzt mach' ich das. Jetzt mach' ich das. Jetzt mach' ich das. Jetzt mach' ich das. Ach, eh, Mann. ich wollte gerade runterschlagen oder hätte ich aber ich sehe nichts warum schlägst du mich da runter? ich hab dich nicht geschlagen Videobeweis Videobeweis jetzt du und dein ja nein spring du ich schlag dich nicht ja ich schlag dich auch nicht ok nein sehr gut ach ich drück da zu früh du hast auch nicht geschafft nee ich hab zu früh gedrückt können wir jetzt kurze Aufnahmepause machen schon wieder drüber gerutscht ja von mir aus tschüss 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 und nächstes Mal wieder hier oben auf den Steinstein BAM vielen Dank für's Zuschauen habt viel Spaß beim Zuschauen wir sagen tschüss bis zum nächsten Mal tschüss tschüss